Meine Damen und Herren. Bitch, I'm a homophobic, my bitch is gay. Ja, Mann, was geht? Meine Damen und Herren, wir sind zurück. Nisau und Cheyenne, heute wieder in voller Frische. Es wird natürlich am Tag nur eine Folge aufgenommen. Kulten, Switteden. Kulten, Switteden, Kulten, Switteden. Wann es, wie das Switteden? Switteden, Kulten, Switteden. Du kennst einen UK-Drill-Rapper, Mann. Switteden, Kulten, Kulten, Kulten. Wann es, Wann es, Wann es, Wann es, Wann es, Wann es? Ey, ich zeige dir gleich einen UK-Rapper mit so einem neuen Song. Das wird dir bestimmt gefallen. Der ist schon böse, asozial. Ey, du weißt, dass sehr viele diese Drill-Rapper rechts und links sterben, in den Knast kommen. Dann gab es jetzt auch so einen Vergewaltigungsskandal. weil einer hat jetzt so 90 Jahre bekommen, ein UK-Rapper, der hat so eine Minderjährige missbraucht und dann kam das jetzt auch raus und der hat auch so 40 Jahre bekommen, so komplett diese Rap-Szene da, so in England, das wird ja immer schlimmer, du denkst, die sind ja komplett verloren. Und Manchester? Und diese Londoner Gangs und so, die haben ja auch ganz viele und da ist ja ganz viel Knife-Crime, also in England steigt immer mehr die Messer-Attacks-Rate. Aber ich könnte, guck mal, ich hab Angst vor Messern, aber wenn einer das zieht und sagt, hey, fam, dann würde ich sagen, Junge, wie willst du denn fürchten? Dann würde ich sagen, hast du diese britische Serie geguckt, von der alle reden? Welche? Burner Boy, oder wie die heißt? Doch, Burner Boy. Diese britische Serie, Burner Boy. Meinst du Top Boy? Top Boy! Top Boy. Ey, du bist doch ein Chip, Alter. Netflix ist Squidadin. Netflix ist Squidadin. So Netflix-Werbung in England. Und das so Abonnement abschließen sollst du auf YouTube. Netflix Squidadin. Squabababins Squidadin. Blöden, Blöden Hast du das geguckt? Top Boy? Nein Wir machen Burner Boy nochmal diese Sänger Ja Aha Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Das sind die Guirianer? Ja Ja Ich glaube der einzige African Artist, der es jemals geschafft hat, oder? Oder gibt es noch einen? Ja, Jusundur It's not a second Seven seconds are waiting Just as long as I'm staying Der war doch Araber Nein, was für ein Araber. Der ist black as fuck. Das sind Afrikaner. Hä, warum kenne ich eine arabische Version? Nein. Mit so einer weißen? So einem Araber? Nein, die Nene Cherry sieht aus wie eine Araberin, aber die ist auch schwarz. Yusuf und du und Nene Cherry. Ja, aber ich meine... Und der hat ja auch so gesungen. Ja, aber der ist ja kein Superstar. Ja, nein, ich heiße Nene. Burner Boy ist der erste Afrikaner. Obwohl, wenn man jetzt so ganz Korinbenkacke sein will, dann könnte man... Afrika oder schwarz? Afrika. Ja, Schepralet? Geh mal weg. Ey, was denn? Das ist ein Star. Ich rede von Afrika. Aha. Aha. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ist Nordafrika nicht Afrika? Das ist richtiges Afrika. Das ist richtiges Afrika, aber ich rede von black Africans. Schwarz-Afrikaner. Und nicht so... Chöps. Chöps. Döner Hitze. Döner Hitze. Nee, dann ist er der Größte. Aber wenn man jetzt auch anders klug scheißen will... Du hast doch Burner Boy den Titel. Ja, warte. Warte, 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 warte. Wenn man anders klug scheißen will, dann könnte man doch sagen, ja, alle Schwarzen aus den USA sind ja auch ursprünglich Afrikaner. Aber die haben nichts mehr mit Afrika zu tun. Die haben nichts. Deswegen hast du ihn ja auch gefeiert, als ich dir erzählt habe. Der hat so seinen Award abgeholt. Ja, feier ist übertrieben. Der so, vergiss nicht, wo ihr herkommt. Ja, geil, feier ist übertrieben. Enisa. Ja. Du weißt Marketing. Ja. Wir müssen für die Tour noch ein bisschen Werbung machen. Schon wieder? Ja. Mann. Ich weiß, du willst nichts machen. Ja. Es läuft von alleine schon gut. Genau. Allerdings bin ich ein Typ, der sich nicht gerne auf... Zufälle verlässt. Genau. Ja. Deswegen, bitte, wenn du mich ein bisschen liebst. So. Meine Damen und Herren, Werbung in eigener Sache. Und zwar sind die Deutschen, Nisa und Cheyran, im November 2024 auf fantastische... Arenatur. Fantastische Arenatur. Das ist das Wichtige. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, was machen die denn? Machen die nur Podcasts oder was? Was? Das sagen die Leute? Ja. Das ist unerhört. Wir machen nicht nur Podcasts, sondern es ist eine fantastische Entertainment-Show, meine Damen und Herren. Es wird gesungen, getanzt, gerappt, Podcast, Zaubershow, Zirkusartisten, Akrobaten, Jackie Chan. Alle sind da. Ja. Es wird eine Show, wie sie Las Vegas nicht mal auf die Beine stellen könnte. So. Und wo wird die sein? Sag uns das. Ja. Damit hätte ich nicht geregelt, dass du uns das erzählst. Ich muss ablesen. Ach so. 21.11.2024 in Oberhausen. Wo? In Oberhausen. Welcher Ort? Rudolf-Weber-Arena. Oh mein Gott. Das heißt, alle im Umkreis können ja vorbeikommen. Genau, alle in NRW. So, dann haben wir den 22.11. in Moin Minjung, Hamburg. Wo? In der Barclays-Arena. In der Barclays-Arena? Genau. Gerti Charles-Barclay. 23.11. Ja. Ja. In Berlin. In Berlin? In der Hauptstadt, in der Mercedes-Benz-Arena. Gerti Mercedes-Benz-Arena. 27.11. Ja. In München, in der Olympiahalle. Gerti Charles, in der Olympiahalle. Gerti Charles, in der Olympiahalle. Das Finale, natürlich bei den Zombies, 29.11.2024 in Frankfurt, in der Süwak-Energie-Arena. In der was? Süwak-Energie-Arena. In der Süwak-Energie-Arena. Da wollte ich schon immer mal spielen, seit ich mit Comedy angefangen habe. Deswegen gibt es Tickets. Ab sofort. Auch noch. Ab 35 Euro. Uh. Ja, das heißt, für das kleine Geldbeutel ist auch was da. Ja, für den kleinen Geldbeutel. Meine ich doch. Ja, link in der Beschreibung. Klickt drauf, gönnt euch Tickets und schickt uns danach Screenshots, ihr Chips. Ja, was ist das? Peace in the Middle East. Was ist das? In Nigeria ist der? Bombali war kein Afrikaner. Nein, das war Jamaika. Jamaika. Ja, Mann. Are you from Jamaika? Put it in Ordnung. Ja, Bombali ist Jamaikaner. Geht's um Mr. Vegas? Wer war das? Das war irgendein Techno-DJ oder so. Nein, auch so Jamaika-Style. Hier kommst du, boom. Hier kommst du, boom. Hey there yao. Mr. Vegas, Sean Paul. D-Mix. Ey, Sean Paul, das war auch so ein ganz komischer Typ. Der sah aus wie so ein Türke mit Dreads. Alter. Der hat mich voll irritiert. Ey, so was ist mit dem? Sean Paul, das sah aus wie ein Türke mit Dreads. Der weiß aber, ich weiß auch, der weiß. In den 90ern, diese NRW-Türken. Die sahen aus wie Sean Paul. Ja, diese NRW-Türken. Diese Netlock-Zeiten. Ey, der hat mich voll irritiert. Du kennst nicht Mr. Vegas? Ich glaube bestimmt, wenn ich irgendeinen Song höre. Aber ansonsten... Mit Vibes-Kartel? Den kennst du. Ja, der ist im Knast, wegen Mord auch. Deswegen kenne ich den. Nein, ich kenne aber keinen Song. Serrani? Serrani? Ja. Wie ist das denn? Serrani ist Iran. Serrani. And again and now. Playing games. Playing games. Ich hasse diesen Song. Das beschissenste Lied. I won't get a girl like you. Darling, do it me. Boah, schlimmster Song. Ja, aber der läuft immer noch in den Clubs. Ganz schlimm. Es gibt diese Hass-Songs. Ganz, ganz schlimm. Okay. Aber Burner Boy ist nicht der größte afrikanische Star ever. Doch. Nein. Ist Burner Boy bekannter als Mo Salah? Wir reden doch von Musik. Okay, dann nehmen wir einen schwarzen Fußballspieler. Anthony Dubois. Bruder. Ja. Wir reden von Musik. Okay, Musik. Achso, Musik. Nur Musik. Ja, nur Musik. Achso, ich dachte, okay. Ist er der eine, der es geschafft hat? Ja. Der ist der größte Afrikaner. Das kann man Davido, der hat es aber nicht geschafft, ne? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Doch, der hat jetzt diesen Song. Asana Webel. Asana Webel. Ja, die kommen ja jetzt alle, ne? Aber, ne, der ist der größte afrikanische Musikstar ever. Müsste der sein. Wenn er so groß ist, wie du sagst. Also, ich glaube, nicht international, sondern auch so Amerika übergreifend war Whiz Kid schon krass, Alter. Whiz Kid ist dieser... It's been a long day without you, my friend. Das ist der, der diesen Paul-Walker-Song gemacht hat, diesen bisschen. Das ist Whiz Khalifa. Achso. Schrieb von Whiz Kid. Ist auch so ein African-Singer. Oder Rapper. Aber Whiz Khalifa ist so wack. Der ist so wack, Alter. Echt? Ja, Katastrophe. Every time you went away, you said I got to have a new spin and long. Charlie Poof, oder so wie der heißt. Wer ist Charlie Poof? Der das singt. Charlie Wilson. Nein. Wer singt denn da? Keine Ahnung. P-U-T-H. Puff. Oder Pott. Äh. Nee. Ist Burner Boy überall so weltweit jetzt so ein Star wie Drake? Ja. Also England auf jeden Fall, Europa. Wo ist auch? Mercedes-Benz Arena ausverkauft. Stimmt, hat der nicht mehr diesen Square Garden jetzt auch ausverkauft oder so? Boah, der ist durch. Ja. Aber der lebt noch in Nigeria, ne? Ja, das feier ich auch. Der ist slow. Der will keine Steuern zahlen. Obst du ausziehen aus Nigeria? Bruder, vielleicht weil die Kriminalitätsrate so hoch ist. Nein, Nigeria ist schon stylisch. Ich habe jetzt gestern in der Doku geguckt, ob es noch Piraten gibt. Ja. Und die Piraten gibt es ja so, wie wir sie kennen oder aus Filmen und Geschichtsküchern. Ist es ja nicht mehr so. Doch. Nein. Weil die Piraten waren damals nie so aggressiv oder schlecht. Was waren die denn? Die haben so ein bisschen überlebt. Jetzt haben die gesehen, dass aus Nigeria, was sie machen. Was? Aber haben die auch so ein Holzbein? Nein. Ich kann keinen Pirat ernst nehmen, der kein Holzbein hat. Die nehmen normale Schwarze, ganz normale Bürger, nehmen die einfach von der Straße und sagen, ey, willst du Geld verdienen? Ja. Das sind so Tageslöhner. Ja. Die gehen da hin. Ein durchschnittliches Gehalt ist 200 Euro. Von einem Pirat? Nein. Allgemein von einem Bürger. Und ein Arzt, ein ausgebildeter Arzt verdient 700 Euro im Monat. Boah. Und ein Raubzug bekommen die zwischen 15.000 bis 50.000 Dollar. Auf dem Meer? Auf dem Meer. Ja, da werde ich auch Pirat. Pirat ist stylisch. 200 Euro im Monat. Ja. Weil die fechten ja auch immer so. Die fechten nicht. Doch, klar. Das macht ein Pirat. Nein. Doch, mit so einem Seil rüber aufs andere Schiff und dann wird Schwertkampf gemacht. Nein. Wie nein? Bro, wir sind nicht hier bei Fluchte Karimik. Doch, das ist genauso. Nein. Doch. Die haben Maschinengewehre. Nein. Und jetzt. Was bist du für ein unstyliger Pirat? Das ist doch voll der ehrenlose Pirat. Es gibt die Pirate Rules. Ja. Die müssen eingehalten werden. Nein. Wenn ich ein Pirat wäre, guck mal erstmal, ein Pirat, es gibt Regeln. Augenklappe. Dann brauchst du ein Holzbein. Nein. Doch. Dann brauchst du so einen Haken als Hand. Mhm. Und ein Papagei. Ja. Und, warum guckst du? Hast du einen Pirat gesehen, dass du überhaupt trittest? Ja. Ja. Vor mir. Ja. Okay. Du hast keine Haken. Ich komme doch aus einer Blutlinie von Piraten. Doch. Meine Vorwand an den Piraten. Welche Seite? Äh, väterliche Seite. Ja, aber ich kann sagen, meine Mutter war ja irisch. Da kannst du nicht mehr herkommen. Ja, nur einer war ja irisch. Ah. Ich komme aus einer Linie. Doch. Nein. Du laberst mich. Nein, ohne Spaß. Nein. Doch. Ich kenne dich. Doch. Du laberst. Wir waren gefürchtet in allen sieben Weltmeeren. Oh, wie hieß die? Die Piratengang. Ah, Creamy Pirates, oder? Die Creamy Pirates. Obwohl eigentlich noch gar nicht etabliert war. Nein, wir waren echt gefürchtet. Wir waren die Bedingos, haben die uns genannt. Die Bedingos. Ja. Weil die immer Bedingungen gestellt haben. Nein. Doch. Erstmal, Schwertkampf liegt uns sowieso. Guck mal, ein Pirat. Das ist doch kein Pirat. Du kannst kein Privat gewesen sein. Ich war doch keiner, meine Vorfahren. Deine Vorfahren waren Nomaden in der Wüste. Guck mal, aber wie sind die? Wie in der Meer, die hatten nur Kamille, ein bisschen Tee und ein Zelt. Mehr hatten die nicht. Wie sind die da hingekommen? Ihr wart schon immer da. Ja, aber meine, die sind auch raus in die Welt und haben sich erkundigt. Ja. Doch. Nomaden nicht. Doch. Und krasse Schwertkämpfer. Krasse Schwertkämpfer. Ein Pirat mit Maschinengefähr. Was ist das denn? Gefähr. Ja, Gefähr. Mit Maschinengefähr. Ja, aber weißt du warum? Ja. Das Interessante an dieser Sache ist ja, dass, wie kommen diese schwarzen normalen Mitbürger auf die Idee, ein Piratenschiff aus, also ein Schiff auszurauben? Das sind ganz oben englische Regierungsbeamte, die am Hafen Kontakte haben und Leute schmieren, ey, sag mal ein Schiff in der Nähe, wann ist es da? Und dieser Regierungsbeamte gibt denen dann ja Waffen und alles mögliche und das ganze Geld, Boot, alles zur Verfügung und die holen Lösegeld ungefähr immer bis zu zwei Millionen Dollar von der Reederei, von Rädern, raus. Die kriegen jeweils, wie viele Leute sie sind, ungefähr 50.000 Dollar, sind meistens fünf Leute, also 250.000 Dollar. Die restlichen acht, neunhunderttausend oder 1,5 Millionen kriegt diese Regierungsbeamte. Das ist halt interessant. Und dann gehen die ganz normalen wieder ganz normalen jeden Tag arbeiten. Ja, da sind es keine richtigen Piraten, das lasse ich nicht durchgehen. Ja, diese Piraten gibt es ja nicht mehr so in dem Sinne. Ja, leider. Ja, weil die Technik und alles mögliche. Ja, das ist doch scheiße. Die haben diesen Style kaputt gemacht, das ist respektlos. Warum? Das war damals... Du weißt schon, du wärst überhaupt kein guter Pirat. Doch. Ich wär der krasseste Pirat. Weil du keine Geduld hast. Na und? Piraten haben immer keine Geduld. Oder, wenn du jetzt in Spanien losfährst. Ja. Sagst du, weißt du was? Diese Engländer gehen mir auf den Sack und dann hast du ja diese Wut. Komm, wir brechen alle auf. Ja, das sind drei Tage. Ist weg. So, und du bist hier aber so... Du bist hier 86 Tage unterwegs. Aber er wird so den ersten Tag die ganze Zeit an dieser Relik stehen. Ich werd die auseinandernehmen. So nach drei Tagen, der hat dafür keinen Bock mehr. Kein Bock, wenn ich ankomme, ich werde direkt erledigt. Ja, wie... Bruder, wie bist du kaputt, wenn du nach Tunesien fliegst? Extrem. Die sind 86 Tage. Oder 112 Tage. Ja, aber guck mal, ich will erst mal, ich mag am Piratenschiff dieses Holzteil, das so raushängt, worüber immer diese Leute so, wenn die diese Gefangenen da drauf, so mit einem Schwert piekst und so, bis der da runterfällt. Ja. Dann so gefesselt. Auch nur ein Film, okay. Nein. Das kommt ja irgendwo her. Ja, das haben Geschichten irgendwann... Und ich wollte immer von so einer, von diesen Geschossen, ich wollte mich auf diese Kugel setzen und so rausschießen lassen und so reiten auf diese Kugel. Wie Baron von Mönchhausen. Das gibt's auch nicht, ne? Ich hab eine echte Frage. Ja, echten Kutscher. So mit fast 50. Denkst du wirklich? Okay, wenn meine Vorfahren keine Piraten gewesen wären. Wieso war ich dann... Hab ich professionell gefechtet? Und war Champion? Das ist auch, du bist heute nicht bewiesen. Das ist nicht bewiesen, aber du weißt nicht, ob's nicht stimmt. Wir drehen gerade über. Hast du referiert? Ne, der lügt. Der hat referiert. Guck mal, ich kenn dich. Du kommst nicht einfach hier rein, sag, probier mal. Ja. Der hat irgendwas gefunden. Ja, der hat echt irgendwas gefunden. Hast du es gefunden oder nicht? Ich weiß nicht. So, also unser Mischpult ist kaputt gegangen. Genau. Von unserem Podcast. Und bevor wir da wieder Geld ausgeben, haben wir natürlich den Boss, der hier das reparieren kann. Ja. Und er kam jetzt gerade mit dem Gerät rein mit so einem Grinsen. Ja, er hat es repariert. Ja, er hat es. Aber er hat nur sieben Minuten gebraucht. Ja, nicht mal. Wie lange drehen wir? 15. 15 Minuten hat er gebraucht. Wir drehen erst 15 Minuten. Ja, 15 Minuten. Was ich dich fragen wollte, jetzt ernsthaft, darauf will ich ja schon die ganze Zeit kommen. Ja. Es gibt ja viele Leute in Deutschland, wenn sie erfolgreich werden und wenn sie Fuß fassen, wenn sie in höhere Gehaltsklassen aufsteigen, die das Land verlassen. Ja. Können ihr das Kind beim Namen nennen? Der primäre Grund ist, um Steuern zu sparen. Ja. So, die sagen, ey, ich arbeite so viel, ich will keine Steuern zahlen, ich zieh um. Ja. Dann gibt es ja natürlich auch Menschen, die sagen, ey, die werfen diesen Menschen das vor. Die sagen, ey, der will einfach nur Steuern entgehen. Also man sagt, dass das nicht die feine englische Art wäre. Ja. Deswegen, wie siehst du das? Kann man diesen Menschen einen Vorwurf machen, wenn man sagt, Deutschland hat dich aufgebaut, Deutschland hat dich gemacht zu dem, was du bist, du verdienst sehr viel Geld wegen Deutschland, du arbeitest für eine, du arbeitest, sagen wir mal zum Beispiel, du bist ein Rapper. Dann sagt man, ey, du rappst auf Deutsch, deine Konsumenten sind Deutsche, ja, aber schön abhauen und dann in, was weiß ich, in Thailand leben oder in Luxemburg oder in Marokko. Wie siehst du das? Wie findest du, also es hat ja immer so, es wird ja immer wie so eine Beleidigung benutzt und es hat ja immer so einen faden Beigeschmack, weil man sagt, ey, der ist ein Steuerflüchtling. Obwohl dieser Typ nichts Illegales macht. Der entscheidet sich und sagt, ey, ich zieh nach Luxemburg, ganz legal. Der Staat weiß, was ich mache, ich melde mich um, um weniger Steuern zu sparen, um weniger Steuern zu zahlen, also um Steuern zu sparen. Wie siehst du das? Sagst du, nö, warum wirft man diesenjenigen vor, was ist da dein Blickwinkel auf diese Situation? Also mein Blickwinkel ist eigentlich ganz klar. Ja. Wir als deutsche Bürger müssen von dem Gedanken wegkommen, dass wir Deutschland dankbar sein müssen. Warum? Weil wir sind das Land. Wir bauen mit unseren Firmen, mit unseren Gehältern, mit unseren freien Plätzen für Auszubildende das Land auf. Wir zahlen die Steuern. Wir zahlen die Einnahmen dieses Landes. Deutschland hat kaum Import-Export-Geschäfte, wo sie viel Geld verdienen. Wir haben zum Beispiel einen großen Anbau an Kohle gehabt, der wurde natürlich abgeschafft wegen Klimawandel, obwohl wir in NRW im Pott sehr viele Leute hatten, die Kohleabbau gemacht haben. Genau, das haben alle da gearbeitet. Alle da gearbeitet? Vor allem die Gastarbeiter. Aber Deutschland ist natürlich so krass, dass wir unsere eigenen Ressourcen stilllegen, aber dann von Brasilien kaufen. Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Okay. Warte, ich bin nicht fertig. Ja. Ich wusste, dass das ein sehr geiles Gespräch ist. Von diesem Gedanken müssen wir erstmal wegkommen. Wir bezahlen diese Sachen. Wir haben nur die Regierung, die das verwaltet. Das sind Verwalter. Die verwalten unser Geld, dem wir dem Staat bringen. Und sie verwalten dann die Einnahmen und Ausgaben. Und die Ausgaben tätigen sie sozusagen, wie sie wollen. Wir leben zwar in einer Demokratie, aber es ist keine Demokratie, weil nichts ist eine Volksentscheidung. Sondern wir stimmen nur ab für einen Volksvertreter, den wir in unserem jeweiligen Bundesland ernennen. Und der soll uns dann vertreten. Aber am Ende des Tages haben wir in den letzten 40 Jahren gesehen, egal was das Volk wollte, wurde nie zugunsten zum Volk entschieden. Sondern nur von den eigenen Interessen. Okay. Wenn aber, also ich versuche es nicht nur durchs Gespräch zu führen. Ich habe ja nicht so viel Ahnung davon. Okay, wenn aber jetzt Leute sagen zum Beispiel, sagen wir mal, ich entscheide mich, ey, ich ziehe nach Tunesien. Ja. Ganz klar, damit ich keine Steuern zahle. Ja. So, ich lebe da, ich podcaste weiter, ich mache meine Stand-up-Auftritte, aber ich schreibe Rechnungen, mein Standort ist in Tunesien. Ich schreibe darüber Rechnungen, schicke immer das Volk, zahle keine Steuern mehr. Wenn jetzt jemand sagt, da könnte man ja auch sagen, ey, guck mal, Niza ist undankbar, der ist ein Deutscher, der ist in Deutschland geboren, der ist hier aufgewachsen. Dieses Land hat ihm überhaupt diese Möglichkeit gegeben, dass er Podcaster ist, dass er Stand-up-Comedian ist. Ja, so sehe ich das halt nicht. Ja, warte, aber du sagst ja selber, wenn ich in Tunesien leben würde, wäre ich Animateur. Was wäre ich dann? Und in jedem Spaß steckt er ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst, weil die Perspektiven da nicht gegeben sind. In Tunesien wäre ich nicht so erfolgreich wie hier. Aber dass du podcasten darfst, kannst du einem amerikanischen Unternehmen verdanken. Ja, aber ich habe deutsche Zuhörer. Klar. Ja. Deutsche Zuhörer. Ja. Die hättest du auch in Tunesien. Es geht gar nicht darum, dass du guckst, wo es besser ist. Ja. Du kannst als Mensch frei entscheiden. Wenn du unzufrieden bist, was mit deinem Geld, was du der Regierung zur Verfügung stellst. Ja. Man denkt ja immer, die Leute wurden ja irgendwann so indoktriniert von der Regierung, dass du immer dem Land dankbarst. Du gibst dein Geld, was du verdienst, der Regierung zur Verfügung, dass sie das damit arbeiten können. Ja, aber die Dankbarkeit. Und du kannst selber entscheiden, wo du dein Geld investieren möchtest oder nicht. Theoretisch ja. Ja. Ich sage investieren in Bitcoin. Du sagst nein. Ich sage investier doch in Reda. Du sagst nein. Genau. Du sagst, ich investiere aber gerne in den Podcast. Das ist doch deine freie Entscheidung. Du investierst mit deinen Steuern in dieses Land. Ja. Und ich sage, du kannst frei entscheiden, wo du das machen möchtest, wenn du im Gegenzug nicht das bekommst, was dich zufrieden stellt. Wenn du zum Beispiel arm mit der Politik unzufrieden bist wegen Gendern oder unzufrieden bist, was Klimawandel angeht oder wie sie mit Gastronomen jetzt umgehen, wie sie mit Steuern Leuten umgehen oder mit der Mittelschicht. Oder mit Leuten, die in der Pflege arbeiten. Oder mit der Pflege. Krankenhäuser sind nur privatisiert. Warum nicht verstaatlicht? Ja, aber da muss man auch ehrlich sein. Man muss jetzt hier nicht den Dings raushängen lassen. Keiner ist deswegen unzufrieden und zieht um. Die Menschen sind sehr ich-bezogen. Ja. Und damit sie Geld sparen. Ja, okay. Da ist noch nie jemand umgezogen nach Algerien und hat gesagt, ja, mir gefällt nicht, wie die hier mit den Krankenschwestern umgehen. Das ist Quatsch. Da habe ich eine Gegenfrage. Ja. Was denkst du, wenn das alles nicht wäre, wo du leidest oder deine Familie. Ja. Aber du zahlst hier 35 Prozent Steuern. 30 Prozent. Würdest du hierbleiben oder würdest du überlegen, doch zu gehen? Wenn alles hier so okay ist für dich und alles zufrieden ist. Ja, die Sache, die Frage ist ja die, die ich mir immer stelle, ich muss noch eine Gegenfrage stellen. Also ich betrachte das immer aus dem Aspekt, also ich persönlich jetzt. Wenn mein Vater in Tunesien geblieben wäre, dann wäre ich nicht Nizar. Ich würde nicht mit Cheyenne eine Arena-Tour machen. Ich hätte nicht einen erfolgreichen Podcast. Ich würde nicht Solo in ausverkauften Hallen spielen. Ja. Das wäre nicht der Fall. Ja. Und deswegen kommt, du hast recht, also wir versuchen ja hier beide Sichtweisen zu, erörtern. Du hast recht, im Endeffekt schenkt mir auch niemand was. Keiner hat mir was geschenkt. Ich arbeite dafür. So, ne? Ich arbeite hart dafür. Und? Aber man denkt sich immer, ey, du hast recht, weil das uns so eingetrichtert wird, hat man dieses, ja, aber ich muss schon dankbar sein, weil Deutschland hat mir das geboten. Welchen Tunesien würde ich so barfuß rumlaufen mit Hornhaut an den Füßen? Weil deswegen fliehen doch diese Leute auch aus diesen Ländern. Warum wollen alle nach Europa kommen? Okay, das ist eine Frage. Wir haben 50 Prozent. Wenn dein Vater nicht nach Deutschland gekommen wäre, wärst du nicht Nisa? Also Nisa, die Person des öffentlichen Lebens. Okay. Ich wäre Nisa. Und jetzt, wenn dein Vater nicht gewesen wäre und die Millionen anderen, Türken und alles, was wäre mit Deutschland? Ja, dann wäre, na natürlich auch. Also, wir haben eine 50-50. Das stimmt. Also wir haben eine Augenhöhe. Ja, das stimmt, ja. Also Augenhöhe bis zum Zeitpunkt jetzt. Ja. Und ich darf mich nicht entscheiden, wenn ich sage, nee, das ist mir jetzt nicht mehr Augenhöhe, das ist jetzt für mich 90-10 oder 80-20. Was denkst du, woher kommt das aber? Dass Leute dann so auf Galopp gesagt angepisst sind, wenn jetzt so Boris Becker nach Luxemburg zieht und sagen, ey, was soll das? Der zieht ja hin, um Steuern zu sparen. Warum juckt die Leute das? Warum sagen die, ey, das ist ein Steuerflüchtling? Das ist doch keine Beleidigung, weil du machst ja nichts. Illegal. Ja, genau. Guck mal, ich sage dir, es wird den Leuten auch immer vorgeworfen. Aber das ist doch normal. Jemand, der 10.000 Euro verdient, hat keinen Bock, 5.000 Euro dem Staat zu geben. Aber dann sagen Leute, die dieses System befürworten, ey, Steuern müssen gezahlt werden, in jedem Land. Durch Steuern hast du einen funktionierenden Staat, der Gelder hat, um die für Sachen auszugeben, die ja in Deutschland funktionieren, die es in Tunesien nicht gibt. Das Klang funktioniert, du hast Sicherheit, du bist krankenversichert, du hast Regeln, du hast Ordnung, du weißt doch, wie Tunesien sie ist. Da fahren so acht Autos auf einer Spur. Okay. Also guck mal, ich sage jetzt was sehr Hartes, ja. Ja, ja, aber du verstehst, wo wir uns herkommen. Ja, ja, okay. Also, dass man mich nicht falsch versteht. Ja. Ich finde, es ist legitim, dass man einen gewissen Prozentsatz, das dieses Land unterstützt. Ja. Was eben halt viele Sachen bieten kann. Ja. So. Ich finde, es ist wichtig, dieses Land zu unterstützen. Ob die Mittelschicht, ob die Reichen, ob jemand, also ich finde das gut. Ja. So, allerdings, mein Vater hat immer gesagt, solange du in diesem Haus lebst, machst du meine Regeln. Ja, klar. Weil ich zahle die Miete hier. Richtig, ja. So. Ich zahle aber die Sachen. Also das Volk, meinst du? Ja, das Volk. Das Volk zahlt die Polizisten. Das Volk zahlt die Regierung. Das Ordnungsamt. Ordnungsamt. Alles, ja. Das Volk zahlt die Abgeordneten, dass sie da sitzen und entscheiden. Wir zahlen das, ja. Wir zahlen das. Warum werden wir aber immer am schlechtesten behandelt? Aber, wenn jetzt ein, ein... Aber was, zu deiner Frage, ich möchte gerne eine freie Entscheidung haben. Ich finde wichtig, also wenn man zu mir kommen würde und sagen würde, du darfst dich entscheiden, was du an Steuern zahlen würdest. Ne? Ja. Ich darf entscheiden, ob ich 1% oder 99% bezahle. Ja. Würde ich sagen, gib mir mal einen Vorschlag, was ihr mit dem Geld gerne machen würdet. So. Wir würden das gerne für Schulen investieren. Wir würden es gerne für Altenheime investieren. Wir würden gerne die Krankenhäuser verstaatlichen. Wir wollen jetzt eine gute Schulbildung in Deutschland anlegen. Wir sind ja Platz, keine Ahnung, 30 auf der Welt mit der schlechtesten Bildung. Echt? Ja, vielleicht ein paar Plus, Minus. Wir würden gerne unsere eigene Kernkraftwerke bauen oder abbauen, je nachdem. Und dann gute Vorschläge kommen. Wäre ich bereit? Dann nimm doch 25%. Oder 30. Ist okay, kein Problem. Ah, also dir geht es nicht um die Anzahl oder die Höhe der Steuern, sorry, sondern dir geht es eher darum, dass du weißt, der Staat nutzt das Geld nicht für das Volk. Genau. Das ist es. Das ist es. Wenn du wüsstest, du gibst die Hälfte ab, aber du wüsstest, es wird wirklich in das Volk investiert, dass es den Menschen besser geht, dass die Strukturen besser werden, die Infrastruktur, dann wärst du zufriedener? Ja, dann würde ich gar nicht überlegen, auch wenn jemand zu mir sagt, würdest du so gehen, ich sag, guck mal hier, ich liebe das Land, alles gut, wir leben hier gut, aber hier die Gastronomen, auf deutsch gesagt, in den Arsch zu pusten. Zu treten. Zu treten. Ja, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ja, ich weiß. Gut, dass du es nicht gesagt hast. Also ich sag, dass es, dieses Land schafft sich ab mit Mittelschicht, mit allem drum und dran, leider Gottes. Und ich verstehe diese Leute, die jetzt gehen wollen, ich verstehe sie. Weil ich sage, mit meinem Geld wird hier nicht gut umgegangen, ich werde hier scheiße behandelt, teilweise, ja. Aber, guck mal, die ganze Mittelschicht, die ganzen Bäcker und alle möglichen, diese ganzen Handwerksberufe, diese Leute gehen kaputt. Warum gehen die genau kaputt? Weil alles die Lohnsteuer. Stell noch mal jemanden ein. Ich habe jetzt auch gehört, sorry, dass ich ganz kurz, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es irgendwo gelesen, auf Twitter, glaube ich, da hat sich wieder einer beschwert, dass dieses Jahr wieder alles erhöht wird. Also alle einzelnen Steuern auf das, auf das, auf das, stimmt das? Ja, wir sind jetzt wieder bei 19% Mehrwertsteuer, das heißt, Essen wird nochmal teurer. Wie sollen die Gastronomen überleben? Für was? Was? Sprit wird jetzt teuer? Steuern werden erhöht. Genau, das hat einer so aufgezählt. Steuern wird erhöht, während man 100 Millionen an Peru gibt, wegen Fahrradwege. Für peruanische Fahrradwege. Aber was, wenn jetzt jemand sagt, wir wollen denen helfen, die Armen sind, also denen geht es nicht. Helfen erst mal das eigene Land. Das stimmt, man muss immer zuerst, ja. Wenn du in einem Flugzeug sitzt, willst du die Maske erst als erstes aufsetzen und dann jemandem helfen oder erst ihm? Ja, du musst dir zuerst helfen. So, jetzt kann man sagen, Deutschland ist kein armes Land. An den Einnahmen liegt es ja nicht. Ausgaben sind hier das Problem. An der Verwaltung. An der Verwaltung. Wie wird das Geld ausgegeben? Aber könnte jetzt nicht jemand sagen, der eventuell jemand, den das Schicksal hat, getroffen hat? Ja. Er ist momentan arbeitslos, dem geht es nicht gut, er weiß nicht, wie er seine Kinder nennen soll. Genau. Dann stresst ihn seine Frau, weil er kein Geld nach Hause bringt. Und er guckt jetzt. Ja. Und er sagt, ey, das ist voll anmaßend von Scheyern, dass der beschwert sich hier, während der in seinem süßen Büro da sitzt mit Nizar. Der ist erfolgreich. Was fällt dir ein überhaupt, dich zu beschweren? Die geht es doch gut. Das könnte er ja sagen. Könnte er auch sagen. Ja. So, aber wenn ich 250.000 Euro im Jahr an den Staat bezahlen muss, weil ich da hingearbeitet habe, dann kann ich mich auch beschweren, wenn ich wissen will, wo das Geld hingeht. Wenn ich kein Geld dir ausgebe, dann bin ich doch zufrieden, was ich habe. Ja. So, wenn ich jetzt Hartz IV bekommen würde, wäre ich komplett zufrieden. Danke. Aber wenn ich 250.000, 500.000 Euro im Jahr bezahle und aber dann noch fertig gemacht werde, beleidigt werde, angegriffen werde. Nicht ankommensrichtig. Nicht ankommensrichtig. Noch jeden Tag kämpfen muss, dann darf man auch ein bisschen meckern. Ja, genau. Irgendwann entsteht ein Hass. Das ist so. Ich finde nur irgendwie, dass beide Seiten tun sich keinen Gefahr, weil es ist immer dieses Extreme. Es gibt natürlich diese Fraktion, ja, dann geh doch in dein Land, wenn es dir nicht passt und bla bla bla. Und dann gibt es natürlich auch die Fraktion, die sich andauernd beschweren. Ey, hier ist schlecht, alles ist schlimm, alles ist kacke. Ich bin dann der Typ, ich gucke dann mir Gaza an und sage, ey, mir geht es doch gut. Weißt du. Ja, aber du hast, guck mal, in einer Sache hast du recht, weil das sagen auch Leute. Du darfst dich nicht mit, beziehungsweise es gibt diesen Blickwinkel. Du darfst dich aber nicht mit schlechteren Leuten vergleichen, das heißt gucken, sondern mit besseren Leuten. Dänemark. Skandinavische Länder. Ja, da ist natürlich wirtschaftlich und auch den Menschen der Mittelschicht geht es da viel besser. Guck mal, Deutschland, Bruttosozial-Inlandsprodukt, ne? Ja. Dieses Jahr 2023 sind wir fast letzter Platz. Indien ist Platz zwei. Wie kann das sein? Ja, weil die wunderschöne Regierung zur Zeit unfähig ist. Ja, aber da könnte jetzt jemand argumentieren, wie zum Beispiel ich, der das alles sehr oberflächlich betrachtet, weil ich keine Ahnung von Politik habe. Der könnte ja sagen, ja, aber wie geht es dem Volk in Indien? Die sind arm, Kinder betteln auf der Straße, keine ausreichende medizinische Versorgung. Es gibt sehr viel Armut in Indien, aber in Deutschland nicht. Jeder hat ein Dach über dem Kopf, jeder hat einen Pulli im Winter. Wir haben aber auch Armut. Wir haben halt nicht diese indische Armut, sagt dann jemand. Das haben wir ja nicht. Doch, wir haben viel. Wir haben keinen, der an Hunger stirbt. Also denke ich nicht. Doch. Nein, da übertreibst du, Alter. Guck mal. Wir haben keinen an Hunger stirbt, Bruder. Denkst du? Nein, nicht in Deutschland. Der stirbt, weil er hungrig ist. Oder wir haben keinen, der so stirbt, weil er keine ärztliche Versorgung kriegt. Oder vielleicht bin ich zu naiv. Okay. Ich glaube nicht. Vielleicht sehe ich das aus meiner Kreis Ahrweiler. Einer vergewaltigt ein Kind. Ja. Geht hin, kommt in die Psychiatrie, weil man denen helfen muss. Ja. Ein Obdachloser, der ein Penner ist, Alkoholiker, wird nicht zum Amt zugelassen oder in ein Männerhaus oder in einer Hilfsorganisation, weil er besoffen ist, weil er Alkoholiker ist. Ja. Wir müssen nüchtern dahin. Warum wird dem keine Alkoholtherapie gewährt, dass er danach sein Leben wieder aufbauen kann? Weil die sagen, weil er keinen anderen schadet, der Pädophile, ja. Das ist, also die sehen das so. Ja, aber ist das Menschen helfen? Theoretisch die Möglichkeit haben, heißt nicht, dass es funktioniert. Ja, aber du bist ja auch einer, der sagt, man muss Eigenverantwortung übernehmen. Und einer, der trinkt, ist ja selber schuld. Ja, aber diese Menschen können, ja, Schicksalsschläge. Und dann? Alleineziehende Müttern mit zwei Kindern. Mann, ein totales Arschloch. Schlägt die Frau halbtot. Wird ihr richtig geholfen? Nein. Ich hab letztens wieder so eine... Aber zeigen die Frauen diese Männer an? Ja, klar. Was soll ich machen? Ja, hallo. Okay, warte mal. Wie heißt die... Du bist meine Frau? Ja. Wir sind jetzt hier. Ja. Du bist ja auch so wie meine Frau. So, und ich droh dir jetzt. Ja. Und ich nehm jetzt hier diese Kamera. Ja. Werf sie auf dich. Ja. Aber ich treff dich nicht. Ja. Ich treff jetzt die Wand dahinter. Genau. Du kriegst jetzt Angst, rufst die Polizei. Ja. Dann kommt doch die Polizei hin. Sag ich zur Polizei, Entschuldigung, mein Mann, der bedroht mich und so. Ja. Alles klar, schicken wir mal eine Streife. 15 Minuten später. Aber antwortet jeder so kalt? Ja. Ich weiß es, ich hab nie jemanden gerufen, weil mein Mann mich schlägt. So, Polizei und Krankenhaus kannst du dir immer sicher sein, die Antworten sehr kalt, weil die emotionslos sind, weil die das jeden Tag sehen. Okay, dann kommen die, okay, dann kommen die hier hin. Kommen die hin. Dann sagst du, ja, Nizar hat eine Kamera auf mich geworfen und er droht mir, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Okay. Ja. Dann fragen die so, und wer ist hier gemeldet? Beide? Ja, da haben sie eigentlich beide das Recht, hier in dieser Wohnung zu sein. Haben sie eine Möglichkeit, zu einer Mutter zu gehen und so? Nein, du vertreibst. Ich mein das ernst. So, haben sie eine Be... Du machst das Ernst. Haben sie... Nein. Das ist doch... Bruder. Warte, ich bin noch nicht fertig. Warte, wenn kein Polizist kommt, sieht eine Frau, die Todesangst hat und weint und man erkennt ja am Mann ein bisschen, was für ein Typ das ist und redet so mit und lässt die so alleine mit ihren Ängsten. Du musst ja eine Frau erstmal emotional abholen, dass du sie beschützt. Geht's ihnen gut, kommen sie hier hin. Dann stellst du dich neben dir, was hat er gemacht? Dann müssen die den Böse angucken und so. Bruder, du denkst auch, du bist im Film. Filme. Ja. Filme. So. Wie bei Jack Reacher. Die kommen erstmal rein, klingeln. Ja. So, du hast die Tür aufgemacht. Ja. Okay. Erstmal ihre Personalien. Was wollen sie denn? Ich hab gesagt Personalien. So, dann Personalien, dann Vorname, Nachname. Ich muss lachen, weil die teilweise so reden. Alles wieder aufgeschrieben. Aber die könnten mich nicht vorstellen, dass es so ist. Und dann sagen die, okay, folgendes Szenario. Auf wen ist die Wohnung gemeldet? Ja, nur auf mich. Und sie? Ja. Dann müssen sie jetzt die Wohnung, wir verpeilen einen Platzverweis, 50 Meter müssen sie die Wohnung nicht betreten, sonst kriegst du eine Ordnungswidrigkeit von 75 Euro. So, klack. Dann die Frau, wenn die beide da leben, haben sie die Möglichkeit zu ihrer Mutter zu gehen. Dann packen sie ein paar Sachen, wir warten hier so lange. Hier, siehst du das schon mal, Schutz? Ja, korrekt. Und der Mann so, guckt die an, der so, mhm, alles klar. Wollen sie eine Gegenanzeige machen? Fragen die den Mann? Ja. Nein. Ja? Dann sagt er, ich würde meine Frau auch gerne anzeigen, weil sie hat mich beleidigt. Dann machen wir noch eine Gegenanzeige. Alles klar, was hat sie denn gesagt? So, und die Frau mit blauem Auge. So, dann wird die, ach so, und ganz selten, wenn die Polizisten noch korrekt sind, fahren die dich sogar zur Mutter. Wenn nicht, haben sie die Möglichkeit, dass hier jemand abholt. Wir warten so lange. Ich würde die niemals alleine lassen. So, wird abgeholt. Okay, warte, die Frau sagt, nee, die sagt es anders. Die Frau sagt, ja, warte, okay. Und dann, das ist die Prozedur, du gehst nach Hause. Am nächsten Tag kommt der Mann zu deiner Mutter und holt diese Frau und schlägt die wieder zusammen. Nein. Wie, nein? Die Polizei kommt und die Frau weint vor den Polizisten und sagt, ich habe Angst um mein Leben, wenn sie mich alleine lassen, der wird mich töten, der hat mir das auch schon gesagt. Okay. Was sagt die dann? Dann sagen die, wenn sie so schlürfen die ganze Zeit, verstehe ich sie nicht. Der übertreibt jetzt so komplett. Jeder Polizist ist schlecht. Nein. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind. Ja. Es gibt ein paar. Was passiert, wenn die Frau sagt, ich habe Todesangst, er hat gesagt, er wird mich umbringen? Ja, dann müssen sie erst mal hier gehen und dann wird eine Anzeige gemacht. Dann müssen sie erst mal. Boah, das passiert gar nichts. Weil er es nicht gemacht hat. Was ist das denn? Nein. In Deutschland musst du erst machen. Ja, in Deutschland musst du erst eine Straftat begehen. Nein, bei Minority Report von Tom Cruise. Okay, warte. Wenn du die Polizei rufst und ich habe zu Nizar gesagt, ich beende den Podcast und der hat mir eine Morddrohung geschickt, dann schnappen die mich. Nein. Boah, bitte, Alter. Nein. Dann sagen die zu dir, wir müssen erst warten, bis der was macht. Ja. Und wenn du ganz frech dann sagst, weil das würde ich sagen, wie wenn er was macht? Wenn er was macht, bin ich doch tot. Das hat er doch gesagt. Dann sagen die gar nichts. Oder weißt du, wie viele Stalker? Anders, du hast Kaffee Wilhelm. Ja. Du rufst Polizei an. Ja. Und sagst, ich habe einen Brief bekommen. Bombendrohung. Ja. In drei Tagen geht hier eine Bombe los. Ja. Das hat Nizami geschickt. Genau. Bruder, dann sind die sofort von meiner Tür. Dann werden die das prüfen. Weil das öffentliche Ding ist. Das werden die prüfen. Und die mögen ja Leute wie dich nicht. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja. Ja, das ist die Wahl. Okay, aber wenn jemand wie ich seine Frau schlägt. Ja. Und die Frau ruft an. Erstmal, die kann überhaupt nicht anrufen, weil sie die Sprache nicht mehr hat. Nur zu Rauchzeichen. Rauchzeichen. Bruder, es ist leider Gottes theoretisch, hast du recht. Ja. Also es ist so, dass ich mir das wünsche. Ich wünsche mir, dass das so ist. Guck mal, ich kenne sehr viele Polizisten. Mein Nachbar ist Polizist. Liebe Grüße, du geile Sau. Ja. Der hört auch immer den Podcast. Der ist auch Polizist. Der erzählt mir das. Wirklich. Wirklich? Wirklich. Ich kann das nicht sagen. Ja. Der hat Kollegen, wo er selber sagt, das sind solche HS. Frau wird geklatscht. Die gehen da hin. Er guckt den Mann an und guckt ihn so an und sagt, er war da. Beweg dich nur einmal falsch. Und ich hau dir meinen Knüppel in die Fresse, weil ihm das leid tut. Ja, das weiß ich. Genau. Und dann sagt er, ruhig, ruhig, geh du mal schon mal ins Auto, du bist gerade auch so aggressiv. Die klären das auf diese Art, diese Ekel. Wo er dann denkt, zu seinem eigenen Kollegen sagt, boah, was war ein Arzt. Okay, jetzt ernsthaft, ne? Wenn ich anrufe und sage, ich glaube, mein Kindergärtner ist ein Pädophiler und er belästigt die Kinder. Ja. Mein Sohn hat so Anzeichen gemacht. Ja. Was macht die Polizei? Die werden ihnen wahrscheinlich eine Gefährtenansprache machen. Das bedeutet? Das heißt, wenn sie sich noch einmal im Spielplatz nähern oder mit dem Kind ansprechen. Mein Kindergärtner, sage ich, der im Kindergarten arbeitet. Ja, da passiert erstmal gar nichts. Du musst erst mal beweisen. Ja, aber die gehen der Sache nach. Ja, die gehen jede Sache nach. Ich kann ja zur Polizei gehen und sage, Rida hat meine Tupac-Figur geklaut. Genau. Dann werden die das einfach erstmal aufnehmen. Dann geht es zum Staatsanwalt, dann sagt der Staatsanwalt, ja, wir kennen ja wieder irgendeine Klaue von Rädern. Ja. Weg. So, die Figur kostet eh nur 6 Euro. Ja, weg. Lohnt sich nicht. Oder bei mir wurde er zu Hause eingebrochen. 25.000 Euro Schaden wurde eingebrochen. Ich sitze beim Staatsanwalt. Weißt du, was der zu mir sagt? Wir verfolgen erst Fälle ab 100.000. Wenn irgendwas zufällig mal in der Datenbank auftaucht, sonst schließt du mir die Akte. Ja, direkt so bist du demotiviert. Denkst du, deswegen sind viele Frauen demotiviert, weil sie sich vom Staat alleine lassen? Ja. Oder lassen das so Männern durchgehen, weil die sagen, ey, der Polizist hilft mir eh nicht richtig. Obwohl man weiß, der Mann ist ein Gewalttäter. Nein, 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 nein. Wir müssen was ganz, ganz klarstellen. Die Polizisten können nichts dafür. Das sind die Gesetze. Ja. Ihre Gesetze. Diese Mitkiemungsgesetze. Genau. Die binden die Hände der Polizisten. Ja. Oder ich kenne genug Polizisten. Die sind sowas von korrekt, was die mir erzählt haben. Ich kenne auch einen SEK-Beamten, liebe Grüße aus Wiesbaden. Der sagt mir, der geht in ein Haus rein, wo er weiß, dass der Typ gerade acht Kinder vergewaltigt hat. Boah. Und er kann nichts machen. Und sie müssen ihn ganz normal behandeln. Ganz normal. Aber du kannst ihm doch so einen Finger brechen. Nein, weil der Typ zeigt dich dann an, weil das in Deutschland erlaubt ist. Ich weiß, aber wir wissen hundert Prozent, dass wenn du dem so einen Finger brichst und er sagt, dass die anderen Polizisten auch zu dir halten, sagen, ne, stimmt gar nicht. Boah, es gibt immer so einen Rieder, der dich verrät. Ja, der so einen Twitch-Shirt trägt. Ja. Boah, es gibt immer so einen, der wird dann sagen, ey, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Hey, wir müssen uns dann Gesetze halten. Boah, es gibt in jedem Beruf, also wie gesagt. Aber es gibt auch diese geilen Gesetze. Zum Beispiel, ich kenne auch Gefängniswärter, die auch sagen, immer wenn ein Pädophiler reinkommt, wir wissen, was die mit denen machen, wir lassen das extra. Also wir geben sogar Tipps. Wir sagen dann den anderen, ey, der ist dann und dann da. Dann kannst du den schnappen. Das stimmt. Aber es gibt auch Gefängnisse, also ganz komische Gefängnisse. Die, die extra sofort schon isolieren von den anderen. Warum? Ja, weil die wissen, was denen passiert. Ja, und? Ja, das darfst du ja nicht. Stimmt. Weil jeder Mensch, dann sagt man, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, hat man Corona gesehen. Ja, und jeder Mensch verdient es, gleich behandelt zu werden und fair vor dem Staat. Aber wir sind jetzt ein bisschen... Abgeschweift. Ja, die Frage ist jetzt, die sich stellt, also diese Unzufriedenheit, also du sagst, die Unzufriedenheit, man darf Unzufriedenheit in deinem Land haben, ohne dass man direkt sich anhören muss, ey, du bist undankbar. Genau. Warum soll man sich das erstens anhören? Oder erstens das Argument, wo ist es besser? Was interessiert mich diese Frage, wo ist es besser? Ja, das mag ich auch nicht. Ich bin unzufrieden mit meiner Leistung, die ich hier tätige als deutscher Mitbürger und was ich zurückbekomme und wie ich sehe, was meine Mitmenschen hier zurückbekommen. Genau, ich mag auch nicht immer dieses, ja, aber guck mal, äh, wo, guck mal da zum Beispiel, weißt du, ich meine, guck mal, was da ist. Guck mal Nordkorea. Junge, was juckt mich Nordkorea? Wir reden hier. So, wo ich ein Fan bin, das habe ich auch vorhin gesagt, ich gucke gerne auf andere Länder, wo es gut funktioniert. Ja. Weil ich habe in meiner Schule, ich war nie neidisch, weil jemand eine Neigtasche hat und ich nicht, aber ich war neidisch, wenn jemand nur Einsen geschrieben hat. Weil ich gesagt habe, das würde ich auch gerne können. So, da habe ich schon geguckt, was macht der? Warum schreibt der nur Einsen? Und ich finde, du kannst schon die guten Beispiele nehmen und Deutschland hat ja auch, guck mal, Deutschland ist leider mit seiner Geschichte immer in so eine Opfermentalität reingerutscht. Ja, das wurde jetzt natürlich den Eingeprügelt wegen der Geschichte. Genau, wegen der Geschichte. Deutschland ist so ein schönes Land, ne, wenn man jetzt Helmut Schmidt zum Beispiel nimmt, der hat viele Dinge, viele gute Dinge gemacht. Ich finde auch, das ist einer der besten Kanzler, die Deutschland jemals hatte. So, ähm, wenn man jetzt, viele waren mit Angela Merkel unzufrieden. Und jetzt, was wir jetzt sehen, es geht immer schlechter, sagen die, Angela Merkel hat 16 Jahre das Land gut regiert. So, hat gute Sachen gemeistert. Ich glaube, es ändert sich nichts, weil die sind doch auch alle so Marionetten. Ja, ändert sich auch nichts. Die haben auch eh nichts zu sagen. Guck mal, Volker Pispas, der sagt, wenn sich was ändern würde. Der ist der Beste. Der sagt, wenn sich was ändern würde, warum habe ich seit 40 Jahren das gleiche Programm? Das stimmt. Ja. Nee, so 40 Jahre das gleiche Programm. Ja. Und Krankenkassen und Finanzamt können dein Leben nehmen, dein Leben zerstören. Ja, Mann. Ohne. Und die Gesetze werden auch immer dementsprechend weiter dahin angepasst, dass es ja zum Beispiel mittlerweile so ist, dass wenn die sagen, ey, dieser Typ passt uns nicht oder die haben irgendeinen Vorwurf gegen dich, dass die mittlerweile, wenn jetzt Geld zum Beispiel komplett digitalisiert wird oder so, dass sie das einfrieren. Ja. Dass sie das einfach wegnehmen. Also ich finde, um mir die Frage abschließend zu klären, es ist nicht schlimm, wenn du in einem Land unzufrieden lebst. Du hast die freie Entscheidung, mit deinem Geld hinzugehen, wo du willst, dass du sagst, ich will ein neues Leben machen, ich möchte auswandern. Und wenn es so nicht so schlimm ist, warum hat jetzt die deutsche Regierung ein neues Gesetz und die Verschärfung von den Wegzugsteuern gemacht? Du musst ja von, wenn du jetzt deine Firma, jetzt, wir sagen, wir wollen gehen, müssen wir unser ganzes Vermögen, was in dieser Firma drin ist, 45 Prozent erstmal abgeben und dann sagen, jetzt darfst du gehen. Ja, weil die auch sagen, ja, ihr habt das aber hier aufgebaut. Aber theoretisch hast du recht, es ist keine deutsche Firma, die es uns das ermöglicht, sondern es ist Spotify und YouTube. Guck mal, das Privileg, dass du hier leben kannst. Du hast hier, wir können schreiben. Ich höre vor, jemand kommt aus Rwanda, da war Krieg. Bruder Mut. Ja, das verstehe ich alles. Aber ich stehe mal vor, jemand kommt aus Dänemark. Ja, aber kommt keiner jeden aus Dänemark. Ja, warum soll denn? Gibt es hier Dänemark? Nein, weil ich gehe auch nicht von hier nach Kongo. So, es gibt viele Dinge, also, ich bin nicht undankbar. Ja. Du bist ja, nein, du bist ja im Basketball. Ich bin mir und meinen Mitbürgern dankbar, was wir für dieses Land getan haben. Ich bin nicht undankbar. Ja. Weil du im Basketball bist. Ja. Undankbar, ey, das ist gut. Allerdings, die Richtung, es wurde hier schon sehr krass indoktriniert, dass du immer jemandem dankbar sein musst. Ja, ja, das wird dir oft immer gesagt. Auch von zu Hause aus. Ja. Ja, wo wären wir, wenn wir nicht hier wären? Ja, aber ich verstehe, das ist immer auf Augenhöhe. Genau, das stimmt. Ja, ja. Das ist auf Augenhöhe. Ja. Ja. So, ohne Ausländer würde es ja auch nicht funktionieren und mit so vielen Ausländern funktioniert es auch nicht. Das stimmt. Ja, so. Extrem ist immer schlecht. Extrem ist. Egal in welche Richtung. Und wenn man, keine Ahnung, eine Milliarde in die Ukraine bringt, hast du uns gefragt? Hast du eine Volksabstimmung gemacht? Ich hätte wahrscheinlich das Gefühl, dass die Volksabstimmung zu 90% negativ ausgefallen wäre. Ja, genau, aber das interessiert dich nicht, weil die Medien berichten ja nur eintönig. Genau. Und ich bin gespannt, was die nächsten zwei Jahre passieren. Vielleicht leben wir in Tunesien. Wer weiß. Aber da haben wir nicht dieses Büro. Ich baue dir das genau eins zu eins. Genau mit diesen Farben. Du wirst gar nicht merken, wo du bist. Aber dieser Style, so unten sitzen. Ja, der unten wird ja auch gleich sein. Wir lachen. Nee, ich sag dir ganz ehrlich. Aber da wäre ein Kohl's Law jeden Tag. Wenn ich irgendwann hier fünf, sechs Kinder zeuge noch, wäre ich unzufrieden hier. Aber du kriegst viel Kindergeld. Ja, warum? Weil du sechs Kinder hast. Das zahle ja auch ich irgendwie. Ja? Ja, klar. Von wo kommt dein Kindergeld her? Das zahlen wieder die Bürger. Die denken, der Staat gibt dir Kindergeld. Nein, die Bürger zahlen das und die verwalten das zurück wieder an dich. Krass, die Bürger. Die kannst du ja bei McDonalds bestellen. Ja. Nee, es gibt zu viele Aspekte. Also ich finde es hier sehr, sehr schön, wenn alles hier in gesunden Gemaßen wäre, okay. Aber es gibt so viele Dinge, die leider jetzt dagegen sprechen. Man hat gesehen, auch in Corona, es gibt hier so viele Verrückte, wie diese eine Frau, die mich umbringen wollte, weil meine Maske bis hier war. Bei so Menschen, du kannst gar nicht hier gewinnen. Diese Regierung und alles Mögliche. Wer geht denn hier auf die Straße? Guck mal, jetzt am 8. Achso, das wollte ich dir sagen. Ab 8. Januar jetzt, ne? Ist in Berlin die größte Demonstration Deutschlands, soll geplant werden. Aber was für Demonstrationen, für was demonstrieren die? Mit Bauern, mit LKWs, mit alle Menschen sollen rauskommen. Für alles sollen die rauskommen. Die sollen die ganze Stadt blockieren. Geil. Weil die Leute wollen ihre Wut bekannt geben und ihre Unmut, was sie hier haben. Ja, ja, ja. Ja, am Ende des Tages, ich halte fest, die Regierung lebt von den Bürgern. Die Bürger bezahlen dieses Land und halten es aufrecht. Ja. Die Bürger kriegen sehr wenig dafür, was sie hier tun. Sie werden teilweise schlecht behandelt. Leute, die leider auf Hartz IV angewiesen sind, die werden teilweise sehr respektlos und niedrig behandelt, dass sie diese 400, 500 Euro bekommen. Die werden in Sachen reingesteckt, die gar keinen Sinn machen. Hauptsache, die Quote ist wieder für die Bundesregierung. Wir haben jetzt nur noch 1,8 Millionen Arbeitslose und so weiter und so fort. Nur für die Quote werden Menschen so schlecht behandelt, teilweise. Guck mal, es ist immer leicht, wenn du keine Intelligenz besitzt, zu Hause zu sitzen, nach deinem 10-Stunden-Job und sagst, ja, dann soll der Arbeiten gehen, die Penner. Genau. Ich weiß nicht, warum jemand da ist, wo er ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, der Staat ist auch teilweise daran schuld, dass die Leute da hingehen. Weil jemand eine Ausbildung gemacht hat, ganz normal gearbeitet hat oder arbeitet, der muss trotzdem Wohngeld beantragen, weil es ihm nicht reicht. Ihr macht alles auf der anderen Seite teurer, dann kann sich das aber jemand nicht mehr leisten. Und dann sagt er, okay, ich bin jetzt auf die Hilfe vom Staat angewiesen, aber dann meckert ihr über diese Person, statt zu sagen, warum habt ihr alles hier höher gemacht? Lasst doch, macht eine Lebensmittelbremse bei Milch. Oder warum, ihr holt von den Bauern so ganz ekelhafte Steuern, dass die Bauern höher machen müssen. Weil die komplett aussterben durch die Industriellen. Genau. Dann kommen die Bauern, nehmen dann für eine Milch 1,30 Euro statt 60 Cent wie früher. Und dann heißt es, ja, der Bauer ist schuld, der macht es immer teurer. Der kann auch nichts dafür. Aber es ist immer, wird es auf die anderen geschoben. Was ist das für ein Geräusch? Regen. Regen? Ja, das riecht hart. Deswegen am Ende des Tages, ich bin jetzt auch nicht so kratz in der Politik drin. Ich sehe immer nur das, was ich sehe. Aber ich sehe Fairness und ich sehe hier keine Fairness. Ich sehe der Dachdecker, der Mahler, Lackierer, der Bäcker kämpft jeden Tag um sein tägliches Brot. Kämpft jeden Tag. Und er bezahlt seine Steuern brav. Und es gibt Leute, die nehmen einfach und schicken Milliarden an irgendwelche Fahrradwege und irgendwelche Außenministerinnen 120.000 Euro für eine hässliche Frisur, die immer noch scheiße aussieht. Ja. Die können viel günstigere Frisuren klappen. Dann gibt es auch Leute, wie der sagt, geh doch in dein Land, wenn es dir hin nicht passt und so. Guck mal, du Trottel, du wirst immer ein Teil dieses Systems bleiben. Bezahl einfach deinen Steuern und halt deine Klappe. So. Nur, weil ich intelligenter bin als du und mir Sachen in Frage stelle, heißt nicht, dass ich schlecht undankbar bin. Genau, man muss Sachen hinterfragen. Ich kann doch hinterfragen und sagen, ey, warum ist das so? Warum funktioniert das so? So, und wenn mir dann ganz groß, ganz groß, überall in den Medien, Saudi-Arabien, Kuwait hat das Öl erhöht, diese dummen, schlechten Araber erhöhen uns das Öl, ja, wo sind die Medien, wo ist die Erhöhung? Warum wird da jetzt kein Propaganda gemacht? Deutschland hat die Spritpreise mit ihren Steuern erhöht. Ja. Warum? Boah, Sprit ist schon teuer. Maut, 80 Prozent erhöht. Und was denkst du, was die Speditionen jetzt machen? Die werden doch auch jetzt das wieder auf die Lebensmittelpreise schlagen. Am Ende des Tages sind wir die dummen Bürger, die das immer wieder bezahlen. Denkst du, die Mittelschicht wird komplett aussterben? Leider, ja. Boah, das wäre aber eine Katastrophe, weil dann sind wir eine arme Gesellschaft. Weil das Land ist ausgelegt, haben wir ja gelernt, für die obersten fünf Prozent ist das hier ein Steuerparadies. Für Mercedes-Benz, für BMW, die bleiben hier, die haben keine Probleme. So, für ganz reiche Leute ist Deutschland ein Paradies. Ist es aber? Naja. Das haben wir ja nur gehört, aber ob das stimmt. Ja, die Gesetze stimmen schon dafür. Ja, aber diese ganz reichen ziehen auch aus, weil sie Steuern sparen wollen, ziehen die Schweiz, ziehen. Weil die haben sechs Wohnorto, die interessiert das nicht. Ja. Die können gut hier mit GmbH, mit Holding, mit dies und das. Die haben da schon andere Systeme. Aber leider, die Mittelschicht leidet darunter. Der Typ, der jeden Tag von sieben bis sechzehn Uhr arbeitet, bis achtzehn Uhr, noch Überstunden schiebt. Ja. Ja, verstehe ich. Warum soll jemand Überstunden machen? Warum? Damit er mehr Geld verdient. Ja. Wenn du Überstunden machst, du musst die ganzen Überstunden, das was du verdienst, musst an den Start abgeben. Es lohnt sich gar keine Überstunden zu machen. Das stimmt nicht. Doch. Ich habe früher auch Überstunden gemacht. Früher, oder? Vor zwanzig Jahren war alles anders. Da war alles gut. Guck mal jetzt. Keiner will Überstunden machen. Weil er sagt, für was? Ja, aber du wirst ja einen Plus haben dadurch. Ja, aber nicht mehr so viel, wie es sich lohnt. Nein? Ja, es lohnt sich nicht mehr. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich möchte gerne für 2.000 Euro netto bei dir arbeiten. Musst du als Arbeitgeber schon fast 3.700 Euro einfach so bezahlen. Also, du musst 500 Euro dafür bezahlen, 200 Euro dafür, 300 Euro dafür, 500 Euro dafür. Und diese arme Frau von 2.000 Euro muss ja auch noch Sachen abgeben. Ja. Ich verstehe. Ja. Egal. Kannst du nichts ändern. Entweder entscheidest du dich, dieses Land zu verlassen. Ja. Und sagst, ich gebe mir das nicht. Dann habe ich aber woanders andere Probleme. Genau. Das ist klar. Fußpilz. Genau. Du hast andere Probleme. Jedes Land hat Vorteile und Nachteile. Genau. Es ist nirgendwo perfekt. Kein Land ist besser als das andere. Nein. Vorteile und Nachteile. Du musst für dich als Mensch abwägen, welches Land ist für mich geeignet, wo ich mit den Nachteilen ganz normal leben kann. Ja. Manche sagen, ey, ich kann mit dem Nachteil hier in Deutschland leben, dass ich hier 45% Steuern bezahle und meine Stimme wird hier nicht gehört. Es gibt auch teilweise, wenn meine Frau mich schlagen sollte, wird mir nicht geholfen. Ja. Aber in anderem Land hast du eben halt kein politisches Recht. Aber wenn dich Politik nicht interessiert, was interessiert dich das, ob du politische Rechte hast oder nicht? Ja, oder ob ich den Präsidenten beleidigen darf oder nicht. Ja, ich beleidige den ja auch nicht hier. Warum soll ich ihn da beleidigen? Ja, hier kannst du sagen, der Bundeskanzler ist ein Arschloch. Ja, aber da wirst du gesteinigt. Ich sag's aber auch da nicht und hier auch nicht. Aber das ist nicht etwas, was ich sagen muss. Ja. Da kannst du nicht demonstrieren gehen. Wow, mach ich auch hier. Ja. Nicht. Nicht. Ja. Und hier kannst du auch nicht alles sagen. Ja, ist das gut? Ist doch egal. Wenn du nie es vorhast zu machen, dann ist dir doch egal. Ja, dann beeinflusst dich das gar nicht. Ach so. Ja, dann beeinflusst dich das nicht. So. In diesem Sinne. Hast du noch ein Abschlusswort? Ja. Was? Die Organisation der Klimakleber hat so wie terrorartige Züge. Die werden über nicht überwacht. Ja, weil die gefördert werden. Die haben ein gutes Image. Nicht wie die Taliban. Ich glaube, die Taliban brauchen ein neues Image, ne? Die brauchen so ein neues Image, ja. So ein neues, bisschen Hip-Hop. Mach doch Gesicht, du machst ja ungern eine Kooperation. Ja, aber für die würde ich eine geile Kooperation machen. Ich würde den Führer hier einladen. Und wir würden den sympathisch machen. Ja. Bei manchen klappt es, bei manchen nicht. Das war stark. Also, meine Damen und Herren, vielen Dank. Wie gesagt, danke anscheinend für dieses... Ihr könnt gerne eure Meinung auch reinschreiben. Also. Gerne, gerne, gerne. Ja, weil wir lernen ja auch. Wir lesen ja auch eure Kommentare. Genau. Vielleicht haben wir uns falsch geäußert in einigen Sachen. Ihr könnt uns korrigieren. Gerne. Ihr könnt uns eure Erfahrungswerte berichten. Genau. Für jemanden, der sagt, ey, ich habe auch mal sechs Jahre in Finnland gelebt. Ja. Ich kann dir sagen, wie es ist. Genau. Am Ende des Tages hat jeder eine Daseinsberichtigung. Jeder hat eine freie Meinung, die er äußern kann. Und wir wollen gegenseitig lernen. Wenn jemand jetzt, jemand hinkommt, jetzt, und mich anfängt zu beleidigen. Ja. Weil ich sowas sage. Ja. Dann sage ich, genau wegen diesen Menschen sind wir hier verloren. Ja, das stimmt. Weil einer, der sagt so, ey, ich finde deine Meinung, akzeptiere ich. Aber was hältst du denn von diesen Aspekten? Dann sage ich, ey, danke, dass du mir das gesagt hast. Ja, oder ich sehe das nicht so wie du. Genau. Aber du bist trotzdem ein geiler Typ. Okay. Also, meine Damen und Herren, www.nisa.tv. Ich bin auf Tour. Da könnt ihr Steuertipps angucken. Ja, richtig krass sogar. So, also, passt auf euch auf, macht's gut. Wir lieben euch alle. Wir lieben euch alle. Ciao. Ciao.